Gut. Jetzt wird es schwierig. Weg hier. Das wird zufällig. Weg, weg. Ja, und so. Natürlich, ja. Ups. Da war es weg. Alter! Ah! Nein, meine Güte. Oh! Hinter uns. Noch eins. Noch eins. Einer ist für so eine Shotguner. Oh, ich kippe mich zum Schießen. Ja, die Shotgun ist irgendwie nicht so doll. Die wirft die Gegner immer irgendwie nur um. Und... Voll viel Schuss, um so einen Gegner kaputt zu machen. Oh, keine Shotgun. Das ist hier. Ohne... Plasma... Strahlen... Schießt mich tot. Oh, das ist hier. Oh, das ist hier. Oh, das ist hier. Oh, das ist hier. Oh, die sind wir. Oh, dann. Oh, am ich? Oh, sie Ai. Oh, was ich? Oh! Oh, nein. Oh, nein. Verdammt. Meine Güte. Loot für die Welt. Loot. Oh Gott. Reicht ja. So. So. Ich bin hier, ja. Hast du die Wolf schon gespielt? Die Beta? So. Open Beta. Gibt's die denn nicht nur für Leute, die irgendwie... Wo kriegt man die denn her? Steam. Im Store. Ich dachte, die kriegen nur Leute, spezielle Leute irgendwie dürfen da mitmachen. Nö, ist ja Open Beta momentan, aber auch nur bis zum 18. Irgendwie rechnen Sie das? Heute der 18. Ich glaube ja. Mhm, mhm, mhm. Was kann ich denn hier erstellen? Müll. Pläne? Oh, eigener Plan. Schwere Standard-Rahmen-Energie-Kanone. Das habe ich nämlich. Und Chan macht die echt nicht. Pfff. Einfache Strahlen-Kanone. Die macht Chan, aber die schießt scheiße. Das kann ich noch so machen. Nichts. Ich will das nicht herstellen hier. Ach, Mann. Ich kann nur Sprung. Scheiß. Ähm. Warten Upgrades. Lass mich mal gucken, ob ich hier... Nachladen hinzufügen. Scharen. Chip. Clip hinzufügen. Hm. Nur Müll. Also nichts für mich. Nichts für den Schröti. Für den Saga vielleicht was? Nö. Nö. Auch nix. Weg mach mal die Tür auch hier. Lass doch zu. Komm nur bei uns doch. Naja. Muss ja weitergehen. Wäre doch auch mal was, wenn wir hier die ganze Zeit hier rum... Wolfram! Mein Gott, da war Wolfram. Können wir echt dieses komische Ding herstellen? Ich hab ihn. Hey, Santas. Ich schicke Ihnen jetzt den Entschlüsselungscode. Hab ihn. Warten Sie. Ich bearbeite die Nachricht damit. Versteck Rosetta. 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 Wer ist Rosetta? Sie haben wohl versucht, sie vor dem Verstreckungsbefehl zu verstecken. Ihre Forschung könnte der Schlüssel zu allem hier sein. Aber warum ein Säuberungsbefehl, wenn dabei ein solch wichtiges Geheimnis zerstört wird? Vielleicht Panik? Oder Sie wussten etwas, das wir nicht wissen. Isac, danke fürs Nachsehen. Das könnte uns noch nützlich sein. Gut, ich geh jetzt zurück. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Isac, Ende. Rosetta, war das nicht so eine Weltraumsonde? Hört sich nur ein bisschen pervers an. So, einmal Torx-Stange bitte. Dankeschön. Eine Torx-Stange? Ja, eine Torx-Stange. Damit können wir hinten diese komische... Ich hab grad eine hergestellt. Wo hast du die hergestellt? Hier an der Werkbank unter... ...Gegenstände hier gestellt. Da können wir jetzt... ...da können wir jetzt hier hinten dieses komische Ding öffnen. Ach hier, Objekte. Ach du... ...Scheiße. Ich bestehe jetzt noch keine her. Ne, ne, ne. Das brauchen wir erstmal nicht. Eine rechte. Können wir hier hinten, dann können wir hier dran... ...und dann... ...können wir hier jetzt... ...diese komische Tür öffnen hier. Hier müsste jetzt eine Menge Loot blieben. ...Klimitri-Bolzen. Upgrade. Also jede Menge ist auch übertrieben. Naja... ...wichtiges Loot. Ja, das ist okay, aber jede Menge ist etwas übertrieben. Ach so, das war wirklich schön. Mal ganz kurz hier ran, und dann... ...und warum? Und warum? Und warum? Ja. Waffen Upgrades. Feuerrate schaden, so. Oh geil, Feuerrate. Ich boh mir die Feuerrate ein. So. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich... ...haben wir hier alles... ...erledigt. Ach, da habe ich die Feuerrate. Ähm... ...hier können wir nach... ...hier können wir das hinzufügen. Genau. Dann haben wir damit auch ein bisschen mehr... ...Pläne. Ich würde mal ungefähr eine Waffe herstellen, aber irgendwie... Ah, da brauchen wir noch Zeuge. Doch. Wir brauchen ja nicht mal diese... ...diese... ...diese Suchdoiden hier, die... ...die sind cool. Diese Roboter. So. Ich gucke, jetzt kann ich hier schlimmer schießen. Ah, hier ist auch so ein Anzug... ...dingens... ...ne Anzug-Dingens. Anzug-Dingens? Eine Anzug-Station. Wurzuch gucken. Und man... ...schöne... ...schöne... ...Wick-Upgrade hier, ein bisschen Trefferpunkte. ...Luft... ...Naja... ...Luft haben wir hier noch. ...Dauer der Stase... ...Nee... ...Chinese ist vielleicht mal gar nicht... ...Gleichweite... ...ja, wieso nicht? Oh, habe ich schon. Oh, das hat Wolfram gekostet. Oh, oh, oh. Lass mich mal haben. Ähm... ...Ähm... ...Treu-Treu-Treu-Treu-Treu-Treu... ...Ey, das kostet Wolfram? Warum? Ihr Sch... Rasta aus! Ich hab ja zwölf rum ausgegeben. Ja, das kostet nichts. So, veranstaltest du da gerade was, oder? Ich raste aus. Achso. Ja, ich weiß, ich brauch ein bisschen länger, aber... Mach doch nix. So. Ich bin wieder raus. Ja, doch. Ich bin hier fertig. Na denn. Ich hau ab. Das Schiff ist doch gerade so schön. Gerade kennengelernt. Wusch. Hier müsste doch überall Wolfram rumliegen in dem ganzen Schutt. Ja. Ja nicht? Aber das zu finden, das ist... Oh, da ist ne Kiste. Oh, schnell hinterher. Obst du überhaupt... Ach, egal. Ich seh' dich noch nicht mal. Ja, du bist schon da hinten beim Schiff, warte, ich komme. Hä? Ja, wenn ich mal das Schiff wieder im Blickfeld hätte... Alter! Ich seh'... Ach, hier! Bitte einsteigen. Jetzt sitz' ich vorne, oder was? Ja, das... Ist... Gut machen. Ich kann doch nie fliehen. Ach, ist egal. Das Schiff fliegt von alleine. Musst' nur das Schiff auswählen. So, da waren wir... Ganz rechts, ne? Terranova. Ja. Leute, aber nirgends war eine Ecken hier, ne? Dung! Ha, 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 ha. Das war eine Mega-Weitreise. Ja, das ist unglaublich. Ich bin völlig erschöpft. Oh, ja. Vor allem diesen stundenlangen Aufenthalt. Verlassen. Ich bin in der Terranova. In welcher Richtung ist das Shuttle? Santos, Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht dringend? Nur, dass das Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es aufschlagen. Super, also weiß niemand was genaues. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich seh' mich mal im Schiff um. Sehrer Standardrahmen. Mhm. Irgendwann noch. Ah. Schon wieder so'n Anzugstelle? Die Situation. Na ja. Kapitel. Mit Verspätung ist zu rechnen. Wie bei der Deutschen Bahn, oder? Hey, ich wollt's nur sagen. Oh, ach so. Wann müssen wir hin? Zwei, drei, äh, zwei. Jetzt kommt man hier auf der Pelle. Ach. Wollt nur kurz mehr. Von hinten. That's what she said. So was jetzt hier. Saut das so lange. Jetzt richtig? Ja. Gut. Ich hoffe. Du hast ausgewählt. Ja. Na immer. Ich wähle nur das Richtige aus. Jenny ist dran. Achtung. Energiereserven sind auf Stand-by. Geil. Oh. Mach mal platt hier. Hallo. Baba. Finde. Schicksrekorder 1. Alle Bereithalten für Drosselung. Okay. Edworts, es kann losgehen. Verstanden, Bär. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Hier die Leichen Beziehungsweise liegen nicht, die sitzen auf dem Stuhl Die wollten halt in einer chilligen Position sterben Keine völlig nahe So, warte mal, hier ist irgendwas Ist verriegelt Ach hier, Hecken und so, oh Gott Das, äh, ja, ist klar Ich bin mal am Hecken Wo bist du denn überhaupt? Ach, da unten So Asak hier Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff Ich aktualisiere jetzt unsere Artungszender Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt Wenn wir es wieder flott kriegen Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile Ich bringe die Kiste zum Fliegen Na klar, das kriegen wir hin Wo bist du? Hier hinter dem Bildschirm Achso Achso, du bist schon weiter Ach, du bist schon weiter gelaufen Du bist schon wieder durch Achso So Wollt mir das halt anhören Wollt mir das halt anhören Wollt mir das halt anhören, das war wichtig Oh, da hab ich bis hinten gehört Äh, was? Boah Dämliche Flipper, ey Sohört sich das bei mir auch immer an Wenn ich Dich aufnehme Da hab ich auch immer so nen Lärm Partner braucht mir Platz Oh, warte Brau dir Kommt's Ja Immer drauf Da unten bewegt sich was Ah Nein Bleib rum Ach nein Warum? Weil ich Weil da gerade was zum Aufnehmen war Boah Muss ich alle Halbleiter Boah Boah So Jetzt können wir runter Jo Da Jim mut B What? Good